Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Silana und heute habe ich meine liebe Freundin Ramona bei mir. Hallo. Und wir werden ja zusammen auf die Leipziger Buchmesse gefahren. Und bevor wir jetzt in Trauer versinken, haben wir gesagt, wir machen ein Alternativprogramm und vor allen Dingen erzählen euch mal so ein bisschen, wo wir hingegangen wären, um das Ganze noch schlimmer zu machen. und vor allen Dingen, welche Verlagsaktionen vielleicht jetzt auch noch am Start sind. Genau, und ich würde sagen, wir fangen auch eigentlich direkt an. Und zwar wären wir am Donnerstag, den 12.03. angereist. Die Fahrt hätte relativ lange gedauert, so fünfeinhalb bis sechs Stunden ungefähr von hier aus. Wir hätten noch Anna von Annas Bücherstapel, nee, Bücherstapel, genau, eingesammelt in Berlin und hätten uns ein Airbnb gegönnt, was erst ab Nachmittags quasi bezugsfähig gewesen wäre. Das heißt, wir hätten sehr gut sozusagen ab etwa mittags auf die Buchmesse gehen können und hätten dann quasi vielleicht schon mal so ein bisschen rumgucken können. Es hätte auch tatsächlich um 12.30 Uhr direkt eine halbstündige Lesung gegeben und zwar von Alana Falk, Gods of Ivy Hall, Cursed Kiss. Den hätten wir uns, glaube ich, ganz gerne angefühlt. Auf jeden Fall. Ich habe gesehen, dass sie, glaube ich, noch eine Lesung auch, ich glaube, mit dem Hugendubel oder so was gegeben hätte. Das heißt, wenn wir die Lesung verpassen hätten, hätten wir die wahrscheinlich noch irgendwo nachholen können. Ja. Ich glaube, sie war das ganze Wochenende oder wäre das ganze Wochenende auf der Messe gewesen und ich mag sie als Person total gerne und ich mag auch ihre Bücher. Sie ist auch so ein Musical-Fan wie ich und ich folge ihr total gerne auf Instagram und ich hätte sie gern dort wieder getroffen. Ja. Das wäre, also selbst wenn wir das an dem Donnerstag nicht geschafft hätten, ich glaube, irgendwie wären wir bestimmt auf sie getroffen. Ja, das glaube ich auch. Ich hatte mir noch rausgesucht, hier hat alles einen Haken First Steps. Das wäre so ein relativ langer Workshop gewesen von einer Stunde und da geht es irgendwie um Häkeln bzw. es gibt so kleine Häkeltierchen, die man auch super verschenken kann. Die heißen irgendwie Amikurumi und ich bin da einmal schon grandios gescheitert. Ich hatte mir mal so ein Häkel Set quasi gekauft mit, also da war alles mit drin, was du brauchtest und ich habe es nicht hingekriegt. Deswegen habe ich gedacht, Mensch, das wäre doch vielleicht was. Okay. Ja, und dann um 14 Uhr hätte es eine Lesung Neon Birds gegeben von Marie Grashof auf der Leseinsel Fantastik 1. Also ich glaube, das letzte Mal, als wir dort waren, vor Ort waren wir fast die ganze Zeit nur bei dieser Leseinsel. Und auch teilweise einfach spontan, weil wir gesagt haben, oh, das klingt ja gerade ganz toll und da sind wir einfach sitzen geblieben und haben, glaube ich, die nächste Lesung irgendwie mitgenommen. Und Neon Birds hatte ich auch gerade heute, wir sitzen hier übrigens gerade im Thalia in Hamburg, in der Mönckebeckstraße, und hatte ich auch gerade mal wieder in der Hand und es ist halt Sci-Fi und ich glaube, da muss man sich halt erstmal drauf einlassen. Aber ich habe manchmal einfach so unglaublich Lust auf Sci-Fi und ich habe da bisher ziemlich viel Gutes drüber gehört und ich glaube, die Lesung, das wäre nochmal so ein Ansporn gewesen, sich das tatsächlich mal zu kaufen, das Buch. Absolut, das ist auch übrigens bei Instagram rauf und runter gewesen. Dann hätten wir wahrscheinlich, nachdem wir noch ein bisschen rumgeguckt hätten, hätten wir die Messe erstmal wieder verlassen und hätten quasi eingecheckt. Und dann wäre es wahrscheinlich in Richtung Essen und irgendwie Abendprogramm quasi gegangen. Und deswegen hatte ich mal so zwei Rundgänge durch Leipzig rausgesucht gehabt, die vielleicht eine Variante gewesen wären, wenn wir schon eh in der Innenstadt oder in der Nähe von der Innenstadt gewesen wären. Und zwar wäre das entweder gewesen Leipziger Mordspuren, ein kriminalistischer Spaziergang, oder Echt Leipsch, stimmen Sie sich auf die Leipziger Buchmesse ein. Das wären halt beides so Stadterkundungen gewesen, die ganz interessant geworden wären. Ja, ansonsten wäre parallel dazu noch Seraph 2020, der Literaturpreis für Fantastik gewesen. Den hatten wir vor zwei Jahren auch angeguckt, aber ich glaube nicht die Preis, doch die Lesung der Preisträge hatten wir gesehen. Und da waren echt ganz tolle Tipps dabei. Also auch vor allem, die haben das so einen Bereich mit etwas unbekannteren Autoren. Und da war Theresa, glaube ich Henning, war dabei. Und da habe ich mir dann auch gleich das Buch damals von ihr gekauft, weil ich die Lesung so toll fand. Weil sie es auch wirklich toll mit Herzblut gelesen hatte. Und deswegen wäre das wieder sowas gewesen, wo ich auf jeden Fall dabei gewesen wäre, weil da echt tolle neue Bücher aus dem fantastischen Bereich gewesen wären, auf die man sonst vielleicht gar nicht kommt. Ja, absolut. Das war ganz toll. Also ich glaube, ich habe auch, man konnte nach Orten suchen, beim Programm sozusagen. Und ich habe tatsächlich auch diesen Ort einfach mal eingegeben, weil ich noch wusste, dass wir da letztes Jahr viele, viele tolle Sachen gehört haben, auf die man sonst vielleicht gar nicht gekommen wäre, weil es einfach nicht so Mainstream einfach gewesen wäre. Ja, und jetzt für abends ab 19 Uhr hatte ich noch Lesung Krimi-Club. Allerdings weiß ich nicht mehr genau. Das war aber nicht das, wo wir... Ich glaube, das ist am nächsten Tag erst. Genau. Also die haben jeden Abend irgendwelche... Oder es ist auch im Landgericht. Auch im Landgericht. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, das Offizielle war, glaube ich, am Freitag. Genau, es gab zwei, glaube ich. Es gab einmal mit ein bisschen unbekannteren Autoren und einmal mit so ein paar, die man auf jeden Fall kennt. Ja, zum Beispiel Ursula Poznanski. Genau, die wäre, glaube ich, auch dabei gewesen. Ich glaube, bei dieser Lesung, da wäre, glaube ich, Melanie Rabe zum Beispiel dabei gewesen. Und wir waren ja schon mal in diesem Landgericht und das fand ich toll, weil die Stimmung einfach ganz spannend war. In diesen Räumlichkeiten und dort dann was über mehrere Autoren, gleichzeitig aber hintereinander zu hören, dass sie alle einmal ein bisschen was über ihre Geschichte erzählen, über ihr neues Buch. Und dann konnte man die dann auch dort vor Ort dann auch gleich kaufen. Und irgendwie war das... Nee, das war das aber auch. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Das war tatsächlich das, wo wir hingehen wollten. Also mit Ursula Poznanski und so weiter. Das habe ich dann für den anderen Tag gar nicht erst... Ja. Wobei, für den anderen Tag waren es ja dann wieder andere Autoren. Ja, aber die habe ich gar nicht erst eingetragen, glaube ich. Also für das, ich glaube, das letzte Mal, als wir dort waren, gab es nur diesen einen Tag mit dem Landgericht und dieses Mal haben sie anscheinend zwei Tage. Aber das fand ich echt klasse und wäre ich gerne auf jeden Fall hinbekommen. Auf jeden Fall. Also ich finde, das Setting ist einfach total schön. Also man kommt halt in dieses altertümliche Landgericht rein und vor allem, man hat dann immer so drei oder vier verschiedene Autoren und auch da, ich habe damals, glaube ich, auch mit das einzige Buch, glaube ich, gekauft, richtig, auf der Buchmesse. Und ja, fand das cool, also wirklich mal was Neues zu erleben. Ja, am Freitag wären wir dann einfach hingefahren sozusagen und da haben wir uns jetzt auch ein paar Sachen aufgeschrieben, die eventuell passiert wären. Das eine ist irgendwie, da wird jeden Tag ein Hörspiel produziert, so ein Messekrimi, wo man halt selber zum Leser werden kann. Und dann gab es noch ein paar andere Sachen. Also das mit diesem Hörspiel, mit diesem Krimi-Hörspiel, das lief, glaube ich, auch über die ganze Messezeit und dann über einen regelmäßigen Abständen. Deswegen hatte ich das dann auf meiner To-Do-Liste mehrmals irgendwie angestrichen, weil ich dachte, naja, wenn dann irgendwie parallel eine Lesung ist, die mich interessiert, dann könnte man am anderen Tag dann hingehen. Aber grundsätzlich hätte ich das echt ganz spannend gefunden, wenn man dabei wäre. Da waren wir, glaube ich, letztes, oder letztes Mal, muss man ja sagen, nicht letztes Jahr auch schon und haben mal geguckt und da war der Andrang auch so wahnsinnig groß. Alle hatten Bock mitzumachen und auch mal selber zum Sprecher zu werden. Das war wirklich cool. Ja, ich hatte mir noch was rausgesucht, das geht so ein bisschen Richtung Instagram, das perfekte Shelfie, ein Ausflug durch die Welt der Bücherregale und deren Auftritt auf Instagram. Was macht ein Shelfie aus, bla bla. Also so ein bisschen Bloggerkram eher. Ja, und dann hatten wir Leipzig Lauscht empfiehlt, ein Studium rund ums Buch. Was auch immer da genau passiert wäre. Also Redakteurinnen des Leipzig Lauscht-Blogs stellen ihre Favoriten unter Buchmesseveranstaltungen vor. Wäre vielleicht ganz interessant gewesen. Danach oder parallel dazu wäre auch nochmal Rundgang zu den Hörbüchern und Hörspielen auf der Buchmesse gewesen. Und da muss ich allerdings sagen, ich habe das zwar auch in meiner To-Do-Liste mit aufgenommen, aber ich weiß, dass das letzte Mal das sehr enttäuschend war. Richtig blöd war, ja. Wenn, also wenn das wieder die gleichen Leute veranstaltet hätten, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, ich gehe wieder. Weil die so unglaublich unvorbereitet waren und irgendwie nur so einen komischen Zettel dabei hatten und dann ein bisschen was abgelesen hatten. Und das war... Das war eine Katastrophe. Die haben im Grunde, sind die mit uns über alle Hörbuch-Messestände gegangen. Aber das kann man sich ja nun auch im Plan angucken. Also die haben halt nichts weiter darüber hinaus im Grunde nennen können. Also ich glaube, sie hatten noch aufgeschrieben, was gerade so in den Bestsellerlisten war, was gerade irgendwie auch einen Preis gewonnen hatte. Und da dachte ich, naja, aber das kann man halt sich auch selber raus. Das waren jetzt keine unglaublich neuen Informationen. Ich hatte gedacht, dass sie uns nochmal so ein paar Sahnestücke irgendwie präsentieren oder sagen, hier, das ist ein totaler Indie-Verlag, aber der ist super klasse. Das war ja eigentlich gar nicht so. Ja, ich fand es auch enttäuschend. Bisschen enttäuschend, ja. Und dann hätte es noch eine Kai-Meyer-Signierstunde ebenfalls gegeben. Wobei ich sagen muss, reine Signierstunden habe ich mir mal, ich sage mal, selten aufgeschrieben, weil dazu brauchst du halt im Grunde irgendwie ein Werk von demjenigen. Für mich persönlich wäre so eine Buchmesse halt eher so Sachen kennenlernen. Und dann, wenn man es dann kauft, gerne signieren. Aber ich laufe jetzt nicht unbedingt mit meinen Büchern von zu Hause quasi über den Buchmesse. Ja, das hatte ich auch überlegt. Da sind ein paar Signierstunden dabei, die mich doch interessiert hätten. Aber ich dachte, da muss ich ja gefühlt einen ganzen Koffer mitnehmen mit meinen eigenen Büchern, damit ich die dann da wieder hinschleppe und den ganzen Tag durch die Gegend trage. Also richtig, ja, das ist immer das Problem. Ansonsten wären wir wieder in der Leseecke Fantastik gelandet und hätten One True Queen aus Schatten geschmiedet uns mal die Lesung angehört. Soll ganz toll sein. Ich finde die Cover total schön von, ja, auch beides. Es gibt ja jetzt auch den zweiten Teil inzwischen. Naja, scheinbar, also hier steht irgendwie in der Beschreibung, stand drin, Abschluss der packenden Geschichte. Deswegen war ich so ein bisschen, machen wir es oder machen wir es nicht. Weil ich bin nicht so ein Fan davon, wenn man das erste Buch noch gar nicht gelesen hat, sich dann so spoilern zu lassen von so einer Lesung. Ja, das stimmt. Aber grundsätzlich soll das ein sehr guter, ich scoffe von Jennifer Benkau das, bin ich der Meinung, One True Queen, glaube ich. Dann fragst du mich jetzt was. Also ich kenne tatsächlich das Cover und weiß nur, dass es sehr, was heißt, gehypt wurde, aber dass es anscheinend ganz toll sein soll. Ansonsten habe ich mich noch weiter damit gar nicht beschäftigt und ich glaube, das wäre halt gerade deswegen, wäre die Lesung vielleicht doch interessant gewesen, wenn es wirklich nur eine Ideologie ist, dass man sagt, okay, es sind ja nur zwei Bücher und dann hätte man sich vielleicht den ersten Teil gleich mitgenommen. Also das wäre für mich so ein Ansporn gewesen. Ja, auf jeden Fall. Genau, und dann wäre es so ein bisschen mehr in die Frilla- und Krimi-Richtung abgedriftet. Andreas Winkelmann hätte eine Signierstunde um 13 Uhr gehabt. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Ja. Also wirklich sehr, sehr gerne. Ja. Ich finde Andreas Winkelmann super und da hätte ich wahrscheinlich dann auch ein Buch mitgenommen. Also, weil das sind dann ja auch Taschenbücher und ja, kann man mal mitnehmen. Ja. Und parallel hätte stattgefunden, abgefackelt von Michael Zokos, wobei ich dann sagen müsste, hätte man wahrscheinlich sich das zuerst angehört für die halbe Stunde, die Lesung und wäre dann quasi für die letzte halbe Stunde von 13.30 bis 14 Uhr oder was zu der Signierstunde von Andreas Winkelmann gegangen. Möglicherweise. Ich meine, ja, es ist aber schwierig, innerhalb von einer Stunde überhaupt dran zu kommen, ehrlich gesagt. Aber ja, das hätte man machen können. Also das ist natürlich wieder das Problem, wenn zwei Sachen, die einen interessieren, irgendwie gleichzeitig laufen, weil das wäre beides auf jeden Fall was gewesen, was für mich interessant gewesen wäre. Ja. Ja. Und dann hast du manchmal so große Lücken irgendwie in der Zeit, wo du denkst, was soll man da jetzt machen, weil einen gerade irgendwie gefühlt gar nichts interessiert. Klar, man kann dann über das Messegelände gehen, aber im Grunde hast du dann meistens schon alles einmal gesehen. Ja. Es ist irgendwie schade, dass dann solche Sachen so parallel laufen, aber das können sie natürlich nicht anders planen. richtig. Ja, ich hätte dann um 14 Uhr ein Blogger-Treffen von DTV gehabt. Was da genau, also ich glaube, da wären die Vorschauen vorgestellt worden und ja, das Get-Together. Dann hatte Anna sich was rausgesucht, wo ich mitgekommen wäre und zwar die Romance Rallye. Das war, wie der Name schon sagt, eine Rallye, die halt sich um Romantikbücher dreht. Genau, also da wäre ich raus gewesen. Ich hatte dann geguckt, was parallel lief und ich bin gerade so sehr interessiert an das Thema Klima und Ernährung und Klima, wie das miteinander zusammenhängt und da hatte ich so ein paar Sachen rausgesucht. Ich glaube aber, zu der Zeit war da nicht unbedingt was, aber es gab sowas, sie hatten auch immer so eine Kochecke aufgebaut das letzte Mal und da haben sie auch teilweise so ganz interessante Sachen gekocht und ich glaube, da gab es auch so eine Kochshow währenddessen, auch irgendwas mit vegetarischen Gerichten. Also das wäre auf jeden Fall was gewesen, wo ich mir mal den Plan angeguckt hätte, weil ich im Internet das ganz schlecht gefunden hatte, aber dort hatten sie ja auch mal vor Ort so einen Zettel aushängen, wann wird was gekocht oder wann ist dort was vor Ort und ich glaube, da hätte ich mich mal hingestellt und hätte mir mal ein paar Sachen, Inspirationen geholt. Das hört sich gut an, ja. Dann wäre eine relativ lange Lücke gewesen beziehungsweise die Abendveranstaltungen wären ab 19 Uhr ungefähr losgegangen und da haben wir noch gar nicht aussortiert gehabt. Also das waren wirklich sehr unterschiedliche Sachen und da hätten wir noch drüber sprechen müssen, ob wir davon was gucken oder nicht und dann zwischendurch halt irgendwas gegessen oder so. Ja, vielleicht magst du einfach mal anfangen. Ja, also es war einmal die Independent Krimi-Nacht, Thriller, Mystery und Krimi-Vergnügen. Klar, kann man immer mal mitmachen, wäre vielleicht für Anna nicht unbedingt das Richtige gewesen, vielleicht hätten wir dann irgendwie doch was anderes suchen müssen. Ja, absolut. Dann fand ich noch ganz lustig, Black Stories Live-Rätseln. Man kennt ja diese Black Stories und ja, so ein Live-Rätseln sind die eigentlich ganz witzig. Das hätte mich auch interessiert. Auf sie mit Gebrüll und mit guten Argumenten, wie man Pöbern und Populisten Paroli bietet. Genau, das war von dem oder mit dem Hasna in K7. Da hatte ich ein Hörbuch von gehört, dieses, ja oder nee, letztes Jahr glaube ich, das hat mir ganz gut gefallen. Der geht halt gegen Rassismus im Alltag vor, sage ich jetzt mal und das hätte ich auch noch mal ganz spannend gefunden. Das wäre vielleicht jetzt, was als nächstes kommt, was man gemeinsam hätte gut sich angucken können. Sag mal, die Pieper oder Piper Fantasy Nacht, das ging wieder, es gab es auch das letzte Mal schon, aus dem Verlag mit mehreren Autoren. Dieses Mal wäre zum Beispiel Michael Peinkofer dabei gewesen, den ich auch echt super finde. Ich kenne keinen davon. Es tut mir leid. Oh je, ich bin keine gute Fantasy-Leserin. Also den mag ich wirklich ganz gerne. Ansonsten die anderen, da wäre dann sonst Nina McCabe mit Ghost Hunter gewesen, Marina Neumeyer. Und Lukas Heiner. Ich, wie gesagt, ich kenne die alle nicht leider. Aber wäre bestimmt interessant geworden. Ja, vor allem hätte man dann wieder neue Fantasy-Bücher gefunden, wo man wahrscheinlich nicht sofort zugegriffen hätte. Ja, und dann, das ist wahrscheinlich nicht so ganz unsere Altersgruppe, würde ich mal sagen, aber Charlotte Link hätte auch nochmal einen, ja, einen großen Charlotte Link Abend gehabt, ab 20 Uhr, wo sie halt über ihr Leben und ihr Werk erzählt hat und die ist ja super erfolgreich. Ja, der wäre wahrscheinlich ziemlich voll gewesen. Also man muss das echt mal überlegen, wenn das so Namen sind, die man einfach kennt, dann zieht das natürlich auch ziemlich viele Leute an. Und dann ist immer die Frage, ob man da noch reinkommt, ob man da noch irgendwie einen Platz bekommt, und ob man da nicht sogar was noch zuzahlen muss. Das war so, also 10 Euro oder so hätte das schon noch gekostet, aber ja gut, das wäre es mir dann auch wert gewesen. Am nächsten Tag, das wäre der Samstag gewesen, hätte es tatsächlich von den Seraph-Preisträgern nochmal eine Lesung gegeben für eine halbe Stunde ab halb elf. Genau. Das wäre ganz witzig gewesen. Die hatten wir das letzte Mal auf jeden Fall auch mitgenommen. Ja. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Dann Kingdoms of Smoke hätte es eine Lesung gegeben um elf. Und das ist ja eine neue, aber neue Fantasy-Trilogie. Ich glaube, der erste Teil ist bis jetzt nur rausgekommen. Steht auch bei mir im Regal. Das haben wir noch unangetastet. Vielleicht wäre das ja wieder dann so ein Ansporn gewesen, sich doch mal auf dieses Buch zu stürzen. Dann hätte es auch ab elf, also da gab es relativ viele Sachen, parallel einen Independent-Rundgang gegeben. Also junge, unabhängige Verlage stellen sich vor. Wäre vielleicht auch mal spannend gewesen. Und ein Buchquiz. Studium rund ums Buch in Halle 5. Ja. Quiz, warum nicht? Kann man auch mal mitmachen. Buchpreise gäbe es auch zu gewinnen. Dann Best of Druckfisch. Druckfisch ist ja dieses, dieser Podcast oder Radiosendung, ich weiß es gar nicht genau, von Dennis Check. Und ja, das wurde sozusagen live produziert dort vor Ort. Ich bin auch der Meinung, das ist eins der Sachen, die über ARD jetzt quasi über Livestream oder sowas wahrscheinlich noch irgendwie übermittelt werden. Genau, das hätte ich auch nochmal ganz spannend gefunden so. Genau, und ab zwölf gab es dann noch wieder drei verschiedene Sachen. Ja, und zwar einmal den Delia Literaturpreis, Read and Meet. Da hätte man unabhängige Preise von Autoren für Autoren für Romanen im Bereich Unterhaltungsliteratur sich mal anhören können. Ja, auch wieder mit vielen verschiedenen, ne? Genau, dann das, das haben wir letztes Jahr schon gemacht. Ja, das war sehr lustig. Das war super witzig. Das sind die lustigsten Hörproben Deutschlands, also so Versprecher oder auch teilweise irgendwelche, es gab auch teilweise Radio-Mitschnitte. Also es war wirklich super unterhaltsam und wir sind da irgendwie zufällig reingeplatzt. Ja. Das war gar nicht, das war gar nicht geplant und wir sind stehen geblieben und das war wirklich ganz unterhaltsam. Klar, also es ist halt die Frage, wie viel Neues sie dann wieder bringen, weil da auch viele alte Sachen dabei waren. Nicht, dass sie das dann jedes Mal das wieder rausholen. Date 2020 steht dabei, aber ja, ich habe mich auch gefragt, wie viel davon noch, also ich würde wahrscheinlich auch ein bisschen was noch aufwärmen. Ja. Dann hätte es noch das Bücher-Duell gegeben. Im spannenden Bücher-Duell treten Annabelles Steele von Steehlblüten, der folge ich tatsächlich auch auf Instagram und Julia Krüger von The Book Dynasty mit ihren Lieblingsbüchern aus dem Genre Fantasy gegeneinander an und versuchen sich bei witzigen Aufgaben gegen den jeweils anderen durchzusetzen. Okay, das klingt sehr lustig. Das hätte ich sehr, sehr witzig gefunden. Also ich glaube, das wäre so mein Favorit in dem Zeitslot gewesen. Ist die Frage, machen Sie das vielleicht trotzdem gerade über Instagram oder so? Müsste man mal rausfinden, habe ich jetzt noch nicht recherchiert. Ja, das wäre natürlich auch spannend, weil ja viele Verlage und auch andere gerade über Instagram dann nochmal irgendwelche Live-Lesungen starten, gestern und vorgestern schon. Also der Ravensburger Verlag hat zum Beispiel einiges gemacht und finde ich echt eine tolle Aktion und das könnte man ja auch einfach ganz toll über Instagram darstellen. Also müssen wir mal gucken, ob man da was findet. Das werden wir hinterher nochmal machen. Schaut auch gerne mal vorbei. Das war jetzt irgendwie Stehblüten und The Book deines Liedes. Genau, und dann wäre es noch den DTV Fantasy Newcomerin im Gespräch, wäre als nächstes gewesen. Auch wieder in der Leseinsel bei Fantastik 2. Und ja, da hättest du eine Lesung und ein Gespräch mit den DTV Fantasy Newcomerin Selin Wissne und Linda Rottler gegeben. Und Viviana Iparaguera de las Casas. Genau. Das Interessante ist, das habe ich mir gestern auf Instagram angeguckt. Ah, okay. Also da tatsächlich mal vorweg gegriffen, das war eine Live, ja, Live-Interview-Runde sozusagen auf Instagram von DTV und die waren sehr interessant. Die waren alle, sahen alle blutjung aus. Also das ist irgendwie, ja, Newcomerin im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich glaube, die waren alle so, ja, 18 oder so gefühlt. Und also gerade die erste, die hier steht, die Selin Wissne, die hat wohl seit, oder schreibt schon, seit sie 13 ist. und das ist jetzt so, ja, einer der Awards, den sie irgendwie gewonnen hat. Also die haben tatsächlich auch irgendwie so ein, so ein Nachwuchs-Award quasi gewonnen von DTV und das hörte sich alles sehr interessant an. Also die haben sich sozusagen gegenseitig interviewt. Okay, cool. Was ich ganz cool fand und, ja, war ganz witzig. So, dann hätte es noch was gegeben, was ich auch persönlich recht, ja, interessant einfach gefunden hätte und zwar Leadership bei Game of Thrones. Wirksamer führen mit den Helden von Westeros. Also ich finde es einfach so skurril und so lustig, alleine wie sie das anhört. Die Beschreibung war, warum Ned scheitert, da Inneres versagt und Tyrion überlebt und was sie davon lernen können. Fand ich witzig. Ja, hätten wir bestimmt was für sein eigenes Unternehmen mitnehmen können. Absolut, ja, ja. Ja, dann hätte es eine Lesung gegeben zu Beast Mode, auch wieder Leseinsel und dann aber Fantastik 1. Das Buch hatte ich auch schon mehrfach in der Hand. Ja. Es spricht mich irgendwie an. Ja. Es geht um fünf Jugendliche mit übernatürlichen Fähigkeiten, die die letzte Hoffnung der Menschheit sind. Mhm. Und, ja, ich glaube... Und passt du sowieso gut in den Slot rein, ne? Auf jeden Fall. Wir sind jetzt gerade bei 14, 30 bis 15 Uhr. Dann hätten wir am 15 Uhr theoretisch eine Lesung gehabt von Falling Sky. Kannst du deinem Verstand vertrauen? Mhm. Oder parallel... Hätten wir noch Elfenkrieg von Bernhard Hennen uns angucken können. Ja. Weil man sowieso da in der Leseinsel Fantastik 1 oder 2 wäre, hätte man das, glaube ich, ganz gut im Anschluss machen können. Das ist auch irgendwie jedes Mal auf der Buchmesse gefühlt. Also, ja. Ja, das stimmt. Hätte man mitmachen können. Ab 16 Uhr hätte es dann wieder super viele Sachen gleichzeitig gegeben. Einmal die Hörspielwiese Köln vom Literarischen Salon NRW. Ja, für diesen bringen die Veranstalter André Patten und Kevin Kader den Kölner Künstler und Hörspielmacher Sascha Klein für eine Hörspiellesung mit nach Leipzig. Warum nicht? Als nächstes, das hatten wir das letzte Mal auch mitgemacht, der Preis der Leipziger Buchmesse 2020. Das ist immer in dieser tollen Glashalle. Da haben wir uns das letzte Mal dann auch irgendwie reingemogelt. Also eigentlich war das ja nur für die Presse mehr oder weniger geöffnet. Und dann sind wir dann noch irgendwie auf die letzten Plätze. Ja, ja, wir haben uns dann in diese Schlange gestellt und dann waren hinten noch ein paar Plätze frei und dann konnten wir uns da wenigstens mit reinsetzen. Das wusste ich gar nicht mehr. Oh, okay. Aber ich fand es jetzt auch nicht so dolle. Es war auch nicht so. Also klar, also ich glaube für die Presse ist das eine tolle Sache. Aber es waren auf jeden Fall auch keine Bücher dabei, wo ich gesagt hätte, ja, die muss ich jetzt unbedingt kaufen. Literarische ist nicht so uns. Das war dann doch zu weit weg von dem, was ich sonst lebe. Ja, genau. Als Podcasterin hätte mich noch interessiert, auch zur gleichen Zeit, nämlich um 16 Uhr, was Podcast-Hörerinnen hören wollen. Im Talk berichten die Flurfunk-Podcast-Macher von ihren Erfahrungen mit dem Medium-Podcast. Genau. Und ich glaube sogar parallel dazu wäre Erebus und Vanitas gewesen eine Lesung oder gibt es da... Nee, das ist eher so ein Autorengespräch gewesen in Richtung, gibt es Unterschiede beim Schreiben von Bestellern für Jugendliche und Erwachsene. Aber nicht... Mit der Frau Potsnans geht auch da. Mit Ursula Potsnans geht auch da. Okay, also. Das hätte ich auch noch mal ganz. Das wäre super spannend gewesen, weil ich beide Bücher ganz gut finde. Ja, und Ursula Potsnans als Person auch total toll finde. Ja, dann habe ich noch etwas rausgesucht, was es aber ähnlich wie dieses Hörspieleinsprechen auch zu mehreren Zeitpunkten gegeben hätte. Wischmops oder doch Wischmöppe, Speedquiz in Sachen Rechtschreiben und Co. zum Mitmachen. Wir suchen den Günther unter den Jauchs. Es warten tolle Gewinne, wie zum Beispiel Büchergutscheine auf sie. Also, ja, hätte ich einfach nur mal lustig gefunden damals. Auch wenn vielleicht gerade mal irgendwie Leerlauf ist, dass man da mal hingeht. Aber zu dem Zeitsplot wäre relativ viel anderes gewesen. Ja, und zwar die Blaue Stunde Krimi Speed Dating mit Dora Held, Dirk Kupio-Weid und Melanie Rabe, die kennen wir ja auch schon und Jan Kostien-Wagenau. Der sagt mir auch was. Ja, also es ist auf dem blauen Sofa. Das ist ja, glaube ich, auch wieder dieses vom MDR oder NDR. Ja, da war es aber auch immer ziemlich voll. Da hätte man wahrscheinlich ein bisschen früher irgendwie hingemusst, weil da doch immer ziemlich viele einfach saßen und dann auch nicht mehr weggingen, irgendwie gefühlt. Also, wenn man ziemlich gut die Plätze dort blockiert. Das stimmt. Und dann hätte es parallel auch noch die ungewöhnlichsten Buchtitel des Jahres 2019 gegeben. Ich finde sowas immer super spannend. Das ist auch von wasliestdu.de. Ja, die haben, ich glaube, wäre das die Freisverleihung so gewesen. Man konnte ja immer vorher schon so eine Shortlist sich angucken oder auch selber mit Abstimme auch Bücher vorschlagen. Und da habe ich die letzten Jahre auch immer ganz gut mitgemacht. Und dieses Jahr ist das so ein bisschen an mir vorbeigegangen, weil ich nicht mehr so oft auf der Plattform unterwegs bin. Aber ich finde es immer super spannend, weil das auch immer Bücher sind, von denen ich vorher noch nie was gehört habe. Und allein durch den Titel, die dann ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen. Auf jeden Fall. Dann hatte ich noch rausgesucht Lovely Meet & Read. Da ging es eben auf spannende und humorvolle Liebesromane. Wären auch wieder drei verschiedene Leute gewesen, die ich alle noch gar nicht gekannt habe. Katharina Herzog, Svenja Lassen und Sarah Sacks oder Sacks. Ich bin mir nicht sicher. Eventuell hätte ich das, also ja, war nicht mein Favorit, aber hätte man machen können. Zeilen aus Tiarul von Farina de Waadt hätte es noch wieder in der Fantasy-Ecke gegeben. Das soll eine düstere und magievolle Fantasy-Welt sein. Habe ich noch gar nichts von gehört. Aber wie gesagt, gerade in dieser Fantasy-Ecke hatten wir da so viele tolle Bücher irgendwie kennenlernen dürfen das letzte Mal. Da wäre bestimmt wieder was Spannendes für uns dabei gewesen. Ich kannte sie tatsächlich, weil ich sie schon mal interviewt habe. Aber Asche auf mein Haupt. Ich habe immer noch kein Buch von ihr gelesen. Nein. Naja. Dann hätte es um 18 Uhr die große Heine Fantasy- und Science-Fiction-Nacht gegeben. In der Stadt erleben sie die Stars der deutschen Fantasy und den spannendsten deutschen Science-Fiction-Autor. Bernhard Hennen, Jens Lubadé, Stefan Orgel und Thomas Orgel wären da gewesen. Und von diesem Jens Lubadé hatte ich letztes Mal eben ein Buch mitgenommen. Und allgemein hatte mich jetzt auch der Name ganz gut angesprochen. Was ist das noch? Ja, ansonsten hätte es noch den funkelnden Leseabend Licht und Dunkelheit gegeben. Auch wieder mit düster romantischen Fantasy-Autoren, die ich alle irgendwie auch nicht wirklich kenne. Einmal Jenna Wood, Lana Rotaru und Christina Hirmer. Hirmer wahrscheinlich. Ja. Dann hätte es noch die achte Fischer-Krimi-Nacht beziehungsweise Abend gegeben. Da wäre Stefan Ludwig mit Unter der Erde dabei gewesen, Arno Strobl und Klaus-Peter Wolf, also bekanntere Leute. Wäre wahrscheinlich auch wieder mit irgendwelcher Zuzahlung oder so gewesen. Gut, aber gerade für Stefan Ludwig da bin ich immer ganz gern dabei und das hätte ich wahrscheinlich gerne angeguckt. Ansonsten hätte es noch parallel eine andere Krimi-Nacht gegeben, auch die Krimi-Nacht in Leipzig. Und das wäre auch eine Krimi-Nacht mit mehreren Autoren gewesen. Genau, wahrscheinlich schon. Von der Autoren Gemeinschaft von Claudia Puhlfürst, die hat auch die Moderation gemacht, also ist wahrscheinlich ein bisschen kleinerer Kreis, sage ich jetzt mal, aber wäre vielleicht auch was gewesen. Und von Löwe beispielsweise ist das so ein Verlag, wo ich momentan eigentlich nicht so viel von Leso damit zu tun habe, weil die einfach sehr strenge Blogger-Richtlinien haben. Da muss man schon echt groß sein für, da falle ich durchs Raster. Aber die haben sonst auch noch parallel die lange Löwe-Lesenacht ausgerufen gehabt. In atmosphärischen Ambiente des wunderschönen Chile-Theaters dürfen sich die Zuhörer auf einen abwechslungsreichen Abend mit hochkarätiger Besetzung freuen. Da wären unter anderem Katharina Hartwell und Karl Ohlsberg mit dabei gewesen, die ich jetzt beide nicht kenne. Also Karl Ohlsberg sagt mir schon was. Ich habe auch einiges von ihm gelesen und finde ihn eigentlich auch ganz gut, also als Autor. Hätte man sich angucken können, aber wie gesagt, ich wäre wahrscheinlich dann lieber zu der Fischer-Krimi-Nacht gegangen. Ansonsten ab 20.30 Uhr jetzt noch die Fantastic Meets Humor Lesung oder Veranstaltung gegeben. Dann hätte es Dunkles und Düsteres gepaart mit Humor als Programm im Verlag Thorsten Lowe. Also ich habe es mir einmal mit aufgeschrieben, weil es sich ganz interessant anhörte. Gleichzeitig bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn sozusagen der Autor seinen eigenen Verlag gründet, der dann auch heißt wie der Autor. Also ich weiß nicht, ob das dann die beste Qualität ist, aber genau. Tatsächlich für den Sonntag, das war es im Grunde, weil für den Sonntag hatten wir sehr wahrscheinlich geplant, nicht mehr auf die Messe zu gehen, sondern wirklich die Zeit zu nutzen, um zurückzufahren. Es hätte noch was Interessantes gegeben, aber das wäre erst um 16, 15 Uhr losgegangen und zwar die große Fantasy-Speed-Lesung der Weltenbauer und Friends mit Sam Feuerbach oder Sam Feuerbach, Mira Valentin, Greg Walters, Thorsten Weizel, Johanna Benden, Katrin Wandels und CJ King, also mit verschiedenen Autoren sozusagen, aber da wären wir ziemlich wahrscheinlich schon auf dem Rückweg gewesen. Ja, ich überlege gerade, ob da noch irgendwie was war, wo ich dann noch alleine irgendwie hingetapert wäre, aber ich glaube tatsächlich, das waren eigentlich nur diese Sachen zum Thema Klima und Ernährung, wo ich ein paar Sachen rausgesucht hatte. Ansonsten waren natürlich noch ein paar andere Lesungen dabei, die mich vielleicht auch noch interessiert hätten, aber auch nur eher so semi-idol und ich habe auch gesehen, ja, Sebastian Fitzig war auch wieder da, da fragt man, ja, da steht man dann halt wieder ewig an und im Grunde hat er mich leider bei seinen letzten Werken ein bisschen verloren und da waren auch noch so ein paar andere Autoren, die mich irgendwie interessiert hätten, wo ich dann aber weiß, da sind dann wieder so viele Leute da, dass sich das eigentlich schon wieder gar nicht lohnt, weil... Ich weiß noch, ich habe einmal, das war nicht als wir da waren, sondern noch davor, ich glaube sogar auf der Frankfurter oder so, da habe ich mich einmal angestellt bei Rute zum... Der wäre auch wieder da gewesen zum Beispiel. Oder nee, der hat doch nicht lustig gemacht, Nee, Joshua Sauer war das, sorry, nicht bei Rute, sondern Joshua Sauer, aber das hat dermaßen lange gedauert. Ja, also genau, Rute wäre jetzt auch wieder da gewesen, ich weiß gar nicht, ob das nur wieder nur eine Signierstunde gewesen wäre oder was es genau war, aber... Naja, vorlesen aus Comics ist irgendwie schwierig. Genau, also wahrscheinlich schon. Also wenn ich mal darüber nachdenke, ist es halt, man hat irgendwie einen Beamer dabei und keine Ahnung, aber ja. Genau, also da waren wieder einige, wo ich dachte, naja, kann man halt hingehen, wenn man da zufällig dann irgendwie reinläuft und dann halt nur kurz dabei ist und sich da nicht hinsetzt und einfach nur mal ein bisschen zuhört. Das hatten wir ja zwischendrin auch ein bisschen gemacht, ich glaube, das war mit... Wem war das denn? Also ich glaube, wir sind immer mal zufällig irgendwo reingeplatzt und hatten dann irgendwelche Jugendbücher auch irgendwie uns angehört, was wir gar nicht auf dem Zettel hatten und ich glaube, das wäre dann auch wieder so mein Plan gewesen, dass man einfach rumgeht und dann guckt, was interessiert einen. Also ich hätte mich auch wirklich super darüber gefreut, auch wieder über diese Anime-Manga-Convention zu gehen, weil man da halt einfach so geflasht war von so unglaublich vielen Eindrücken und da war ja auch ziemlich viel aus dem Comic-Bereich. Ich glaube, da hätte ich mich dann auch immer dann irgendwie hinverzogen, wenn es gerade nichts gewesen wäre, wenn man da halt einfach unglaublich viel gucken konnte. Also mir ist schon aufgefallen, dass es recht viele Krimi-Inhalte gab, also gerade für die arme Anna, die ja wirklich Thriller und Krimis nicht mehr so gut haben kann oder allgemein nicht gut haben kann. Wir haben nämlich jetzt dieses Jahr irgendwie Todesfrust zusammen gelesen und sie war hinterher so, okay, ich werde nie wieder einen Krimi machen. Weil der halt recht blutig oder psychologisch anstrengend war, sagen wir es mal so. Ja, insofern. Aber ich finde es echt schade, das wären so viele coole, coole Sachen mit dabei gewesen. Auf jeden Fall. in unserem Lesegarten dort gewesen wären. Das wäre ein super Event, glaube ich, gewesen. Weil ganz viele gesagt haben, ja, wir sind Freitag oder wir sind Samstag. Und gerade Samstag hätte man ein riesen Treffen machen können mit unseren ganzen Leuten. Und um ehrlich zu sein, das finde ich am, ja, das finde ich irgendwie am, was heißt, am schlimmsten. Aber man hat sich echt schon gefreut, so die Leute mal kennenzulernen, mit denen man irgendwie seit Jahren eigentlich schreibt. Und wir kennen ja, so viele kennen wir eigentlich gar nicht persönlich. Wir haben einmal hier in Hamburg ein Treffen gemacht. Genau. Das ist jetzt aber auch schon bestimmt sechs oder sieben Jahre. Oh Gott. Und da waren wir eine Handvoll Leute, also zwei Handvoll Leute sozusagen. Sonst sieht man sich ab und zu nochmal bei einer Lesung, aber dann auch meistens dann eben nur die Hamburger Leute. Und jetzt hätte man wirklich mal die Gelegenheit gehabt, mal ein paar mehr Leute zu treffen. Ja, super schade, aber dann halt nächstes Jahr hoffe ich mal. Ja, genau. Vielleicht machen wir es einfach nächstes Jahr stattdessen. Ja, ansonsten brennt ihr schon drauf zu wissen, was es für Aktionen gibt, die jetzt quasi, obwohl die Buchmesse ausgefallen ist, haben sich ganz viele Verlage wirklich auf den Hosenboden gesetzt und geplant und haben ganz toll und sehr kurzfristig auch tolle Sachen aus dem Boden gestampft von Live-Lesungen, Gewinnspielen, Q&As, etc. pp. Also danke dafür. Also ich finde das richtig toll. Und ein paar haben wir gefunden und aufgeschrieben und stellen sie euch jetzt mal so ein bisschen vor. Vor allem witzig finde ich immer die verschiedenen Hashtags, die da irgendwie mit ins Spiel kommen. Sehr kreativ. Ich fange mal einfach an mit dem Karlsen Verlag. Also ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie in die Episodenbeschreibung die Links vielleicht sogar auch mit reinpacke. Viele Sachen enden aber auch mit diesem Wochenende. Und da die Episode jetzt ja nach dem LBM-Wochenende erscheint, schaut bitte einfach nochmal drauf, ob es irgendwas gibt, was man sich nachträglich noch angucken kann oder wo man über diesen Zeitraum hinaus vielleicht sogar bei einem Gewinnspiel oder so mitmachen kann. Einfach mal draufklicken und mal gucken. Ansonsten einfach googeln. Karlsen hatte zum Beispiel einen Hashtag ins Leben gerufen, der hieß leider nicht Leipzig. Und da haben sie quasi verschiedene Verlosungen und Aktionen gemacht. Man konnte auch virtuell über den Messestand gehen, bin ich der Meinung. Ja, ich meine auch. Genau. Und wie gesagt, wenn ihr leider nicht Leipzig den Hashtag googelt, dann werdet ihr das auch finden. Da habe ich auch tatsächlich mir schon so zwei, drei Sachen angeguckt. Eins fand ich nicht so toll, das war glaube ich irgendwie zum Thema Manga zeichnen. Wollte ich einfach mal Interesse halber so reinhören, war aber tatsächlich nicht mein Thema. Also da kann die Autorin nicht unbedingt was für, aber die hat auch sehr viele, also scheiße viel jeden zweiten Satz irgendwie und sie hat auch erst mal eine gute Viertelstunde gesprochen, bevor sie sozusagen in ihrer PowerPoint-Präsentation mal was gezeigt hat. Das fand ich beides nicht ganz so prickelnd, aber ja. Genau, dann vom Heine Verlag, die machen Aktionen über Facebook. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob sie das nicht auch auf Instagram machen und da wollten sie ganz gerne ein paar Gewinnspiele machen und einige habe ich jetzt auch schon gesehen. Kann man auf jeden Fall gut mitmachen. Ich glaube, das waren sogar relativ viele Gewinnspiele, also auch aus den unterschiedlichen Genres haben sie da was. Ich weiß nicht, ob die noch weitergehen als dieses Wochenende. Ich könnte es, also ich vermute es tatsächlich, weil ich glaube, dass so viele dann in zwei Tagen eben nicht mitkriegen, dass da jetzt ein Gewinnspiel läuft. Also es könnte sein, guckt einfach mal rein. Ist bestimmt ganz spannend, da ein paar Sachen zu gewinnen. Dann der Lyx Verlag, da waren wir ja letztes Mal auf so einer Abendveranstaltung eingeladen. und die hatten quasi, also ich weiß, dass sie verschiedene Live-Lesungen auf Instagram haben und hatte, glaube ich, sogar eine mitgemacht. Bin mir aber gerade gar nicht mehr sicher. Doch eine gestern Abend, die war auch richtig gut. Wie hieß die noch? Kara irgendwas oder ja, Kara Wiesen oder so. Also ja, war sehr gut. Ich weiß gar nicht, die Live-Dinger, die kann man sich hinterher, glaube ich, noch mal in den Highlights oder sowas anschauen. Wenn sie die in die Highlights speichern, ja. Ansonsten kann man sich Live-Lesungen oder so auf Instagram auf jeden Fall 24 Stunden danach immer noch angucken. Ja gut, das ist ja zu spät. Genau. Oder sie können, wenn sie es dann in ihren Highlights gespeichert haben oder wenn sie daraus tatsächlich so ein Instagram-Video gemacht haben, dann kann man das ja jederzeit noch mal nachgucken. Okay. Ja, schaut mal durch. Also das war wirklich eine coole Lesung und hat mir auch richtig Lust auf das Buch gemacht. War gestern Abend tatsächlich. Vielleicht haben sie ja auch die Sachen abgespeichert. Die haben ja eine ganz tolle Luxe Lounge heißt das, glaube ich, die Webseite, die sie haben. Ja. Und bestimmt haben sie da auch dann was hinterlegt, dass man sich das noch mal angucken kann. Ja. Dann die TV wäre das Nächste. Ja, da gibt es den Hashtag Virtual LBM und da gibt es einen virtuellen Rundgang über den brandneuen Messestand. Das hatte ich mir auch angeguckt. Fand ich ganz interessant, dass sie das dann so abbilden. Also weil viele, ja, viele Messebauer ja dann das vorher anbieten, dass man so eine 3D-Ansicht hat und das haben sie jetzt für die Öffentlichkeit nach außen hin getragen, sodass man sich das einmal angucken konnte. Ja. Ja, kann man sich mal angucken. Also richtig, hundertprozentig spannend ist das dann halt nicht, weil es eben nicht belebt ist und man das auch nicht alles so genau erkennen kann, was das jetzt für Bücher sind. Aber es ist irgendwie ganz nett, dass man nur das Gefühl hat, okay, ich habe wenigstens den Messestand jetzt gesehen, so hätte der ausgesehen. Ja. Das ist ganz niedlich. Und ansonsten gibt es dann auch viele Autorenlesungen über den Livestream und auch spannende Aktionen und tolle Gewinnspiele und mit unterschiedlichen Preisen. Ja, schaut mal rein. Vielleicht gibt es das tatsächlich dann noch hinterher noch mal zum Nachgucken. Dann von Pipa, die haben den Hashtag Buchmesse vor Ort ins Leben gerufen, da auch wieder Lesungen, Gewinnspiel, unter anderem Arne Dahl liest, Pierre Jaravan, Jaravan, ich weiß es nicht, liest, dann Valerie Schönian ebenfalls, genau, also diese drei Bücher sozusagen, die die drei geschrieben haben und interessanterweise, also die sind wohl in Leipzig vor Ort und das wird halt quasi aufgenommen beziehungsweise live gestreamt. Finde ich ganz cool und dann haben sie noch irgendwie einmal eine Verlegerin und einmal eine Autorin aus ihrem Programm, die halt unter verschiedenen Hashtags auch noch mal was veröffentlichen und zwar Jeden Tag ein Buch ist der Hashtag von Felicitas von Lovenberg, das ist irgendwie eine Verlegerin eben von Pipa, Empfehlungen zu Büchern eben als Trostbuchmesse. Ich habe übrigens schon gesehen, es gibt irgendwie auch einen Hashtag, also unabhängig von der Messe sozusagen in Richtung Corona, der irgendwie heißt Bücher hamstern. Aha, okay. Fand ich auch ganz witzig, so nach dem Motto, deckt euch mit Büchern ein, demnächst ist es vorbei. Ja, ich glaube, aber Bücher hamstern war die Idee dahinter, dass man jetzt die kleinen Verlage vor allem unterstützt, die jetzt halt sehr viel produziert haben, extra für die Messe und damit man dort einfach jetzt besonders viele Bücher kauft, die man normalerweise auf der Buchmesse gekauft hätte, weil die haben jetzt teilweise ja auch noch extra Auflagen gedruckt, nur für die Buchmesse, um dann halt noch Bücher zu signieren und die bleiben halt jetzt alle auf ihren Büchern sitzen. Und einige kleine Verlage retten sich ja vor allem über dieses Sommerloch, was es ja dann doch irgendwie gibt und gerade mit dieser Messe. Und jetzt fällt für die halt die Messe weg und ja, das ist für die... Kann ich vorstellen und diese wirtschaftlichen Nachteile. Meine Scheiße, echt. Von Pipa gibt es noch die Autorin Katinka Engel, die auch unter dem Hashtag Trostbuchmesse irgendwie auch Dinge veröffentlicht. Ich habe zumindest in Jeden Tag ein Buch gestern mal reingeguckt und da war doch... Das ist ein... Ich sage mal, der ist nicht so ganz unik, der Hashtag. Also da waren auch viele andere Sachen, die überhaupt nichts mit der LBM zu tun hatten. Aber kann man sich trotzdem mal angucken. Jeden Tag ein Buch oder auch Trostbuchmesse. Ja, ansonsten beim MDR oder ARD, da gibt es noch mal die Buchmesse im Netz und im Radio und die haben so quasi so eine virtuelle Buchmesse gestartet und dann kann man das geplante Bühnenprogramm mit prominenten Autoren und Autoren im Studio sich noch mal angucken. Also es wird dann alles live übertragen im Radio oder halt im Netz und das werden sie dann wohl auch alles in der Mediathek hinterlegen, sodass man sich das später... Also das könnt ihr euch auf jeden Fall noch mal angucken. Gerade so die Öffentlich-Rechtlichen sind da ja echt super, was ihre Mediathek anbelangt und... Ich habe auch gesehen, heute von 10 bis 20 Uhr haben die komplett Programm. Also den gesamten Samstag übersenden sie quasi was, also live im Netz oder halt auf MDR Kultur, glaube ich, oder so. Ja. Aber wie du schon gesagt hast, das wird super zu finden sein hinterher. Und dann als letztes hatte ich jetzt noch gefunden, du hast wahrscheinlich gleich noch was zu ergänzen, vom Kiepenhauer und Witsch. Die haben quasi die Leipziger Büromesser ausgerufen, was ich auch ein bisschen putzig finde. Unter dem Hashtag LBM20 verlosen sie Bücherpakete und haben Videobotschaften von Autoren, die man sich angucken kann. Genau. Also ich habe noch der Blanc Valet Verlag, wenn er denn so genau ausgesprochen wird. Ja. Der hat noch ganz viele coole Gewinnspiele, so wie ich das gesehen habe. Und viele Hörbuchverlage haben auch etwas gemacht, dass sie dann ihre, ich weiß gar nicht, welche das jetzt genau waren, ob das sogar Random House war. Also es gab einige Hörbuchverlage, die auch Gewinnspiele machen und ein paar Hörbücher raushauen, was ganz cool ist. Ich hatte eigentlich auch geguckt, der Drachenmond Verlag hatte auch eigentlich eine Aktion gestartet, dass man vor Ort ins Drachennest zu der einen Verkäuferin da kann oder die den Verlag halt irgendwie leitet. Das haben sie jetzt aber doch wieder abgesagt, weil sie jetzt doch gar keine Veranstaltung auch dort bei Ihnen vor Ort lieber nicht haben wollen. Ansonsten, wie gesagt, sucht einfach mal alles, was irgendwie mit den Verlagen zu tun hat, auf jeder Verlagseite, vor allem bei Facebook und auf Instagram. Instagram ist vielleicht sogar noch populärer teilweise, dass hier irgendwelche Aktionen starten, auch eben gerade durch diese Live-Lesung. Also ich folge ziemlich vielen Verlagen. Genau, Ravensburger Verlag hat zum Beispiel sehr viel Live-Lesung gerade. Da hatte ich mir auch jetzt gestern, habe ich ja ganz kurz reingestellt. Die Autorin sagte mir allerdings dann nichts und ich war auch ziemlich spät dann dran. Also die hat dann gerade schon irgendwie das abmoderiert gehabt. Auf jeden Fall da poppt das bei mir bei Instagram immer auf, dass da irgendwelche Live-Lesungen gerade kommen. Schaut da mal rein, ob ihr das nachträglich noch alles angucken könnt, wenn euch das interessiert. Ich glaube auch diese Hörbuch-Verlosungen, die waren glaube ich alle auch ein bisschen länger. Also da schaut mal rein. Ansonsten noch ein heißer Tipp, ganz viele Autoren, die sonst eigentlich auf der Buchmesse gewesen wären, zum Beispiel Andreas Winkelmann, die haben halt jetzt ganz viele Bücher über, die sie dann einfach jetzt signieren, weil die auch teilweise ihre anderen Lesungen, die sie sonst geplant hatten, nicht mehr durchführen können. Also nicht nur die auf der Leipziger Buchmesse, sondern grundsätzlich. Und deswegen haben die gerade ganz viele Bücher im Schlepptau, die sie jetzt alle signieren und raushauen. Also guckt einfach da mal nach. Wie gesagt, bei Andreas Winkelmann weiß ich das, aber ich glaube, es sind auch ganz viele andere Autoren. Ich glaube auch Arno Strobel macht glaube ich auch sowas, bin mir nicht ganz sicher. Guckt einfach mal rein bei den ganzen Autoren irgendwie auf ihre Facebook-Seite. Also da posten die das meistens. Die sind bei Instagram nicht so aktiv, aber wie gesagt, die Verlage. Also da schaut mal rein. Vielleicht findet ihr da noch irgendwie eine coole Aktion. Auch auf den Webseiten von den Verlagen ist manchmal was drauf. Ja, das war so das, was wir nochmal zusammengetragen haben zur leider ausgefallenen Leipziger Buchmesse 2020. Wir machen jetzt einfach ein weinendes und ein lachendes Auge, machen das Beste draus und verabschieden uns jetzt erstmal für heute. Und wir hören uns bald wieder für meinen Lesemonat, der dadurch natürlich umso üppiger ausfallen wird. Natürlich. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich at gmail.com Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.